Ich mag nur sehr jüngere Leute und ältere Leute rausschmeißen. Ich bin 37 Jahre alt. Roman Waltenfehler will ich verkaufen. Nicht wirklich viel leihen, 2 Monate. Das will ich verkaufen. Lukas bis Zeck. Auf Wiedersehen. Will ich dich verkaufen. Ach, Schell schmelzt sehr. Ich will dich verkaufen. Gonzalo Castro. Nicht wirklich viel leihen, 2 Monate. Ich will dich auch verleihen, 2 Monate. Ich will dich verleihen, 2 Monate. Das war's. Von Rosier Dortmund. Rosier Dortmund ist jetzt fertig. Uhr seit 18.03 Uhr. Gäbe. Okay.